So'n Riss neben uns am Haus, da bin ich drin. Ring einfach rein. Achso, du kommst auch? Ja. Jetzt komm doch halt für hier rein! Ich bin runtergesprungen, Felix, du stirbst nicht. Ja, aber ich verliere Leben. Ey, du Penner! So, geht los. Ey, das ist so geil! Boah! Nein! Warte, mich hier reinschnacken! Dann willst du mich verarschen! Hallo! Ich hab nämlich gefunden. Ja, ich weiß, hier waren wir schon drin. Achso, scheiße. Machen wir einfach ne Erkundung oder suchen wir was Bestimmtes? Na, jetzt einfach, versuch mal so tief wie möglich zu gehen für dir aus. Hier ist Gold. Wo seid ihr? Ich hab euch verraten. Gold können wir nur. Wir brauchen jetzt auch Gold. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich hab euch... Ah, ich hab Eisen gefunden. Ich hab Eisen gefunden. Als erstes bauen wir aber Steinspitzacke, damit ich Eisen abbauen kann. Kann man überhaupt mit einer Steinspitzacke Gold abbauen? Nein. Nichts. Das brauche ich erstmal. Ich sammelst genug Eisen, schmelz mir das und dann... Ja, jedes Mal Gold und Kohle habe ich nichts ausgefunden. Ich hab jetzt sechs. Das reicht für zwei Dinger. Ich hab überhaupt nichts. So, jetzt... Äh, du siehst mich, gell? Komm mal bitte zu mir, wir mahren uns jetzt hier Spitzacke. Warte, ich hab hier Eisen gefunden. Ich weiß, hat einer Kohle? Nein. Äh, ich hatte aber... Du, wir haben... Ey, wir haben Holz. Wir können uns Holzkohle machen. Ah, ist Eis. Ah. Tu mal bitte, äh, Kohle in den Ofen. Hast du Kohle in den Ofen getan? Ich hab hier Kohle gerade gefunden. Ja, tu das mal bitte in den Ofen rein. Ja, ich muss es erstmal abbauen. Wo seid ihr? Ah, okay, ich hab auch Kohle. Ich hab Kohle gefunden. Ich auch. Ja, dann bauen wir das jetzt einfach alle drei ab und dann ist fertig. Ja, ich wollte... Ich will mir jetzt gerade Eis am schmelzen, damit ich mir direkt eine Eisenspitzacke machen kann. Alter, hier ist so viel Kohle, das glaubt keiner. Ich hab ja auch... Ähm, jetzt kommt so eine komplette Wand vor mit Kohle. Mineralienreiche Landschaft würde ich nur sagen, ne? Mhm. Ich hasse es aber auch Kohle abzubauen. Nö. Seitdem das Experience gibt, ist das richtig cool. Äh, wo seid ihr jetzt eigentlich? Ich hab Gold gefunden. Ja, ich weiß nicht abbauen. Das kannst du gar nicht abbauen. Ich bin der Gegner. Okay, ich hab jetzt ne Eisenspitzacke. Ey, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich find euch nicht mehr. Ich komm jetzt zu den großen Goldvorräten da. Warte, warte, warte. Weil sonst verliere ich euch noch. Ja, ich... Ich hab euch schon verloren. Mich kannst du sowieso nicht mehr verlieren. Warte, ich find dich. Meinen Namen, siehst du? Ich bin direkt neben dir. Ach, da hinten. Ja, da hinten. Ich bin direkt neben dir. Ich weiß aber, wo jetzt wo Felix ist. Ich bin jetzt... Alter, ich bin jetzt genau hinter dir. Ich hab mich grad zu dir gebuddelt. Guck mal hinter dich. Ja, ich weiß. Ich hab Eisen. Ah, hier ist so ne Fliege. Die nervt mich hier die ganze Zeit so. Das ist ne Fledermaus. Es gibt Fliegen? Das ist ne Fledermaus. Ich meine bei mir zu Hause. So was gibt's? So was gibt's noch? Echt? Wir benutzen sowas noch. Das ist so nett. Oh Gott. Das Niveau ist weg. So, ich hab ja das Niveau gefunden. Das ist ja nicht mein Kanal. Das hier ist für vorhin, ne? Ey, wer ist... Warum schlägst du mich, Felix? Was hab ich für vorhin? Was soll ja? Brache Süd. Brache? Ach Junge, du steckst das nicht, oder? Egal. Hä? Was? Ey? Ey, was ist das? Könnt ihr bitte Kohle abbauen? Dann bau ich die anderen Mineralien ab. Ja, hier. Ich helf hier mal eben. Nein, tust du nicht? Geh weg. Größer als du. Ich bin größer als du. Du schlappst die ganze Experience, du Arschloch. Verpiss dich hier. Oh Junge. Ich geh schon wieder Level 21. Geh weg. Oh du so nah. Du so nah. Du so cool ist. Ey, du krieg mich jetzt, du, äh, du, äh, kann ich mich jetzt, du, äh, äh, jetzt du Nikolas Brottena slash tp. Ja. Und dann einfach nur SUP. Das ist mein Zeugs, ey. Das ist mein Zeugs, ey. Ja, schnappst dir wieder. So. Noch einen Diamanten, dann bauen wir uns einen Verzauberungstisch, oder? Nein. Ja, was denn dann? Junge, spart die Diamanten erstmal. Wir haben noch nicht mal ein Haus, man. Noch nicht mal Betten haben wir. Was willst du schon mit dem Verzauberungstisch? Haben wir geile Werkzeuge machen. Also ich werde für den Verzauberungstisch. Ja, da brauchen wir erst fünf Diamanten. Wie viele haben wir? Also zwei, äh, zwei haben wir. Also zwei für den Tisch und dann brauchen wir noch drei für eine Spitzsacke, weil dafür ja Obsidian benötigt wird. Na, außerdem jetzt bekommen wir eh so viele Steine, da werden wir unser Haus eh fertig bekommen, beziehungsweise eine Etage. Toll, jetzt kann ich niemanden mehr finden, ey. Ich bin einfach ganz tief in die Höhle reingegangen. Ich find's ja geil, dass die Objekte jetzt immer 3D hier rumfliegen. Ein Kumpel von mir nervt das total. Ich find das sogar... Find ich auch cool. Ich mach mir noch mal ein paar Fackeln. Jetzt hab ich den Grafen Tisch für uns gemacht. Ähm, weil ich schmeiß eben mein Eisen auch noch rein. Boah. War's in den Ofen? Ja. Ja. Also unser Haus ist inzwischen gar nicht mehr so weit weg. Wir bewegen uns in Richtung Spawn, also ich zumindest. irgendwo war hier doch so ein riesiges Gold vorkommen. Der ist hab ich auch schon irgendwie gesucht. Aber ich hab generell schon wieder. Moment. 19 Gold und ich bin grad noch Gold am abbauen. Ich hab Labiskatio-liegen gefunden. Und Smaragde. Ey, mit wel... Welche Axt bräuch ich ums abzubauen? Was? Ähm, mindestens welche Stufe an Material bräuch ich um Smaragde abzubauen? Ich hab ne einmal da geangeeilt. Boah, boah, okayer B из-за P100. es ist egal in der Arbeit noch alles zusammen ich hab noch einen Smaragd ich hab auch einen Smaragd wie lange sind wir schon am aufnehmen weiß nicht irgendwie ne Stunde mindestens ich mach jetzt Trip Mining dann kommen auch wenigstens viele Steine und ein Deer und zwei Deers also wir haben jetzt vier irgendwo nicht spawnen die Blöcke wieder die ich abbaue du musst sie nochmal abbauen nein die musst du dann nicht nochmal abbauen oder mit was baust du gerade ab mit einer Eisspitzhacker eigentlich nicht keine Ahnung das müsste dann Serverleck sein da musst du einfach nur kurz warten dann ist der weg hast du das auch? ich? nö ja gut dann liegt es an deinem Internet das kann gut sein ich hab nämlich nur ein Internet-Stick ach der gute Felix ja was soll ich denn tun? das spanische Internet ist einfach scheiße was? ne das liegt nicht daran dass ich einfach danach das hier ein DSL Anschluss Prozent von 3 Euro kostet das Vertragsdorf als 12 Monats und wir sind hier nur für 6 also geht das net und es sind können wir nur Internet-Stick benutzen ich bin gerade am Stuttmann alter was? wie groß die Höhle ist oh ja es ist eigentlich immer so weil ich hab ja nach 1.0 eigentlich so ziemlich aufgehört zu spielen es ist eigentlich immer noch so dass dass man ungefähr 10 Blöcke über Bad Rock den meisten jemand findet äh 12 Blöcke oder 11 über Bad Rock findest du die meisten war das damals schon so? also früher waren es auf jeden Fall 10 also jetzt ist es glaube ich zwischen 10 und 15 oder so ne zwischen 10 und 15 glaube ich bin mir nicht sicher so ich komm jetzt runter Redstone cool noch mehr Redstone mein Spitzhack ist im Arsch dann müsste ich mal meinen Ofen wieder aufbauen ich mach jetzt meine Steinspitzhackle kaputt Gesundheits danke das wäre irgendwie voll der Eggman Nieser so weil ich habe mich ein Stück untergegraben da war der Redstone und Redstone hat jetzt eine riesige Menge an Eisen und an das Eisengraß ist eine riesige Menge an Co Kohl Prokola und Rätsel fast gar nicht abgebaut haben sieben Kohle die schon mehr als die 64er sein Gold ja dann baut ihr dann baut ihr das ab weil ich hab jetzt schon 52 Eisen zwei Diamanten 24 Gold und ein Smaragd ich bau einfach alles auf was ich sehe ganz einfach ja ne nur Kohle dauert mir mal so zu lang ich habe auch fast jetzt habe ich schon Steg Redstone da ich bin schon mit dem Stock auch mein Buch 1 2 1 3 4 5 6 Zeit ist das Gold jetzt abgebaut 8 1 10 11 12 Prozent was kann was ist eine Höhle ich bauen muss los geht's also ist der keinen Namen von euch weil ich irgendwo ganz tief in der Höhle bin 0 wer ist denn da er hat's druckst hält gerade LKW von unserem Haus Alter wie schnell das meinen hier geht mhm ich will mir aber jetzt so eine Spitzacke da mit Glück und äh er ist das Haltbarkeit verzaubern also jetzt erstmal nur Effizienz und Haltbarkeit und dann die nächsten mit Glück damit ich dann alles mit Effizienz abbauen kann dann zuhause so einen fetten Raum machen oder ne genau da baue ich mir einfach so ne riesige Pyramide vor unserem Haus mit Kohle und all dem oder? lol was ist das grüne Smaragde? ja hab ich auch schon kann man das mit Eisen abbauen? ja irgendjemanden seh ich da als ganz kleines Schiff da geh ich jetzt ziemlich weit unten ne weiter oben das bin ich also ich bin für jeden Fall nicht und ich hab Diamanten alter was findest du immer an Diamanten ich hab jetzt schon vier Diamanten plus sechs Diamanten alter das heißt der Verzauberungstisch ist uns sicher ich geh jetzt auch mal nach Hause es sei denn du stirbst nein ich baue uns jetzt baue mich jetzt hoch dann geh ich nach Hause und äh bauen äh hau erstmal alles in den Ofen weil ich so ein Cobblestone hab weil davon hab ich ziemlich viel wie hoch machen wir mal Deckenhöhe 3 ne wir können auch nur Kupfen bauen wenn ihr wollt ja oder ich wollte eher sowas Burgenartiges bauen oder? nein haben wir doch schon gesagt oder? ja gut äh sollen wir echt außenrum nur wir können doch alles mögliche bauen aber lass doch erstmal sowas wie ein richtiges Haus bauen so ja ja Moment ich hab ne Idee für ein Haus sollen wir so einfach alles mögliche bauen alle Blöcke die man so zum Hausbau verwenden kann einfach nein doch das sieht so krass aus dann haben wir nen Künstler aus dann geben wir dem Namen alter nein genauso wie wenn Künstler mal auf so ne Leimann scheißen und sagen das ist Kunst der ist doch so der ist doch so der war geil ey jeder Mann die doch auch so Alter wer pustet da die ganze Zeit ins Mikrofon das war ich warte ich hab das ich hab das ähm das hört sich nicht richtig an ähm ich baue mir jetzt auch noch rum komm raus ich bin auch schon dran ich weiß auf jeden Fall wie man ne Kuppel baut ich hab so ne riesige äh so ne riesiges Axtanz gebaut und außer ich soll mir so ne Kuppel bauen man muss nur wissen wie und ich kann das ja und du kannst uns jetzt ja bauen ich hab ein Dungeon gefunden ein Dungeon ist ne Mine und das grenzt wahrscheinlich auch an das an was wir schon gefunden haben äh mal gucken nein es ist eine die ich noch nicht gefunden hab weil hier sind Sachen in den Kisten ne ich mein das grenzt dann wahrscheinlich da dran an noch mehr Gold oh hier ist erstmal Fackeln obwohl du hast Peaceful oder? nein doch ich hab auch mal das wäre ich jetzt schon längst tot weil hier war keiner drinnen mach mal lass mal nicht auf Peaceful das ist ne Minen ja ich hab grad wieder auf einfach gemacht ist mir noch hab ich nämlich im Nähter gemacht hab das irgendwie vergessen ok sorry hab ich schon gewundert dass da nie was gekommen ist ne ist mir gar nicht eingefallen ja ja ja